Liebe Leute, im nachfolgenden Video wünsche ich euch viel Spaß. Wir haben zusammen mit Carly, Niki, German und mir World War Z angetestet und ich habe euch daraus mal ein bisschen was zusammengeschnitten. Wer das ganze Projekt verfolgen möchte und alles sehen möchte, kann das gerne auf meinen zweiten Kanal tun. Da lade ich das ganze Projekt hoch, mehrere Folgen und dementsprechend auch in der Videobeschreibung unten verlinkt und am Ende des Videos nochmal wahrscheinlich. Dementsprechend viel Spaß im Video, lasst gerne eine Bewertung da und ich würde sagen, let's go! Jo, voll schmoofy schmoofy, ja da. Oh, die Butter, ey. Geil. Wie ist das? Laut. Boah, coole Leichen und so, man. Ich mag das, wenn es Gemetzel ist. I love it. Ja, machen wir, Jungs. Was machen wir? Öffnen oder was? Ja, mach mal Tür auf, mach mal auf hier. Echt? Geil, Mann. Der Revolver geht vor. Du bist so jung, der Feuerwehrmann. Stimmt, ich bin echt Feuerwehrmann. Interagier mal. Ja, ich interagier hart mit der Tür gerade. Perfekt. Bam! Jo, boom, Junge! Alter. Oh ja, die Anzüge, die stinken. Die stinken? Okay. Die stinken! Ich bin doch nicht out of money. Ich bin doch nicht out of money. Darf jemand ein Messer nicht... Wow, ich hab ihn geköpft einfach. Ich glaube, Monetisierung ist weg. Liebe Leute. Wow! What the fuck? Hilfe! Wir müssen nur noch rausfinden, wie die Splittergranaten aufgehen, ne? Äh, Mausrad. Reindrücken. Reindrücken, so richtig krass reindrücken. Ja, mit der Maustaste. Die Maustaste wäre es. Ja, dann lass mal den Elevator jetzt gehen. Ja, dann muss ich mir nach der Folge eine neue Maus bestellen. Nice. Reloading! Oh mein Gott. Oh, Gamescom! Gamescom! Lol, Alter, what the fuck? Oh mein Gott. Als ob, man. Alter. Level runter? Das klingt nach Spaß. Alter, das hört doch gar nicht auf. Oh, hier ist noch ein Typ. Hier ist mal unten auf die Böden, also von der Pyramide. Hier ist ein Dicker. Oh, er hat mich. Lässt du mich dick? Ja, down. Ja. Lässt du... Abwart hier, du! Marschalli. Marschalli in der Gully, Alter. Wo setz ich mich jetzt hin? Ich weiß halt, ich komm hier auch von oben? Weiß ich nicht. Du siehst es. Alter, da hinten! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jo, wahrscheinlich, ey! Gamescom! Gamescom! Oh. Weißt du, sind alles diese Morgenbuffel, die immer morgens schon rein sind? Ja. 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 Ich Ronk hat Autogrammstunde. Ja! Nutzt die YouTube-TV aber auch. Achso. Friendly? Oh nein! Ah! Schieß doch! Hilfe! Aua! Er macht sich gar nicht! Er schlägt sich! Lass mich in Ruhe! Die Leichen, Alter! Die Leichen starben sich schon, Mann! Was ist mit Ding? Oh, der ist voll vermatschende Tür drin! Und ne Bahnfahrer oder wie? Boah! Sprich mit dem Zugführer? Nyee! Wahrscheinlich lebt ja noch einer! Boah! Das war ein Serge! Oh, krass! Jo, wahrscheinlich, oder? Boah! Oh, scheiße! So! Das ist tot hier! Ja, Alter, die laufen hier alle in den Schub! Boah! Was jetzt? So! Das wäre tot! Ich will den Schub auf meinen Sonnen! Hahaha! Ja! Schönes? Ach so, sorry! So! Hallung auf Hessisch! Große Wartungstüre blockiere... Gott! RIP, Alter! Da steht's doch mal! Nein, ich bin auf dem Schussisch! Große Wartungstüre blockiere die Route des Zugs nach Norden! Die Kollege des Fahrers auf der anderen Seite! So! Ich bin da! 3, 2, 1! Bin da! Hab's gehackt! Bin der Beste! Oh! Perfekt! Bestellt! Alter, das stirbt doch, du Ratte! Boah! Da oben, Alter! Yo! Boah! Schmeißt alles, was ihr habt! Ah! Du musst da halt mal schießen, wo die hochklettern! Hä? Oh! Na, ich wollte es ein bisschen aufhalten, weißt du? Oh mein Gott, Alter! Ich sterbe, glaube ich! Der Lutz hier hat noch ein Medikit! Ja, ich bin gleich dead! Ich bin gleich dead! Niki! Einfach weiter! Ja, das ist die Wiese einfach weiter! Achso! Wo ist der Knopf? Hier, mach zu den Lachs hier! Mach zu! Oh! Oh! I need a Medic! I need a Medic! Oh! Holy Moly! Er gibt's Medic, oder? Ganz schnell Medi! Naht liegt, Nate liegt, Nate liegt, alle dead! Oh! Er ist da! Chill, 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 chill! Ich vergeb' auch keine Muni mehr! Ah doch! Ach du kacke, habs, habs, gefakt, den Nachbarn, oh gott, oh gott, oh gott, oh gott, den Zug schützen. Oh, wow, wow, die Jungs haben Bock auf uns, naja, wow, ich glaube, die finden uns richtig geil gerade, zum Fressen gern, oh gott, das haben wir geschafft, perfekt, alter, ja, wir schaffen doch alles zusammen, oder, oh, isig, würde ich sagen, oh, the day of miracles has come, well, thanks for your assistance, my darling, I'll see you later, you can't leave us here, Son of a bitch, take them out, wow, wow, Jesus, honestly, you Yanks have no sense of humor, now hurry up and get on the bloody train. Nein, ich hätte auch keinen Humor, wenn da jemand einfach mal sowas macht, ne, nice, Leute, hier, da haben wir uns doch mal ein Like verdient, oh gott, was, next, oh, Lucy ist schon gut geworden, nein, Spaß, keiner hat sich geholfen, gegenseitig, nice, Ja, was, ne, nicht Teamplay. Du weißt, ich spiel'n gut. Was, dicker, 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 dicker. Ich spring' alle ins Feuer, das ist gut. Wow, der hat mich voll weggerammt, Mann. Bauen. Geil, jetzt seh' ich uns. Bei dir, Lucy, Lucy. Was, Mann? Oh, shit. Wir kommen. Fuck, ey. Oh, mein Gott, wie viel kommen da denn, bitte? Das ist wegen, wir haben keine Verteidigung. Ach, du Scheiße. Ich bin dabei, ich bin dabei. Oh, fuck. Jo, ihr habt krank, ey, ohne Scheiß. Ach, du Scheiße. Geil. Alles, was ihr da habt, aufstehen. Alles fliegt, was ich hab. Oh, bei mir ist dieser Gasttyp. Komm. Jo, komm. Wahrscheinlich Kopf. Kopfsaale. Läuft aus, Kopf. Läuft aus, Kopf. Uh. Wenn da eine auskommt, dann sind wir zu durch. Also, wir haben noch zwei Medikas. Reicht doch so, oder? Jo. Krass. Ohne Splitter, heftig. Cool. Keine Verletzung. Wie die Geier. Da seh' ich mich jetzt nicht so, da seh' ich mich jetzt auch nicht so. Ne, Schmutz. Ne, Schmutz eigentlich, ne? Das hat sich gar nicht gelohnt, man. Du hast mein Stilper genommen. Ach, sorry. Ne, alles gut. Oh, bei der Ritter rüstung seh' ich mich, aber. Aber der hat nur einen Schuss noch. Holy shit, ne? Kali, komm. Bin da, bin da. Kali, komm. Ja. Ja. Komm her und dann schmeiß mich mal in. Hälp! Komm, komm, komm. Jungs. Jo, bin da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Grip. Hab sie, hab sie, alles gut. Ja, wir kommen nicht weiter, es ist alles gift. Dann Grip, dicker, dicker. Wow, nein! Woo! All, wow, wird Kali grad zerberstet, habt ihr's gesehen? Ja. Aber so richtig mal mit Wut. Oh, ging nicht. Richtig unglücklich, ey. Habt ihr dich? Verteilt. Ah, nice. Geil, danke. Oh mein Gott, ich brauche Munition, Leute. Muss mal ganz schnell los. Da muss ich ganz eng los, Mann. Ja. Du auch, ja? Ja. Mit Lucy, Germanfighter und Niki. Hallo. Und dir. Folge 1. Und dir natürlich, hä? Und mir natürlich. Ja, Entschuldigung. Ach so, ganz ehrlich. Ja. Wir sind immer aus New York. Also, wir versuchen aus New York rauszukommen. Und wir liegen tot im Wasser. Ach so, nee. Geil. Geil. So, jetzt geht's nicht mehr Flugzeug mehr und kein Auto mehr. Leichen starben sich. Die Leichen starben sich hier, ne? Niki, Leichen starben sich schon. Ja. Wer hat hier zu viel gesagt? Kritisch. Mein Gott, ey. Stehrfahrzüge. Ja. Kannst du nie einsteigen oder fahren. Oh, 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 oh. Alles gut, Schild. Hab. Ich hab's gehackt. Ich bin Profi-Jacker. Kappa. Kappa. Ja, Kappa muss immer hinten dran. Was? Kier, geh weg. Kier, geh doch weg aus dem Schuss. Toys down. Die haben wieder Streitlein. Wir sind voll aus dem Team hier vorne, Mann. Keiner muss ja, ne? Wir sind doch nicht mal vorhanden gekommen. Wir sind im Container drin. Hä? Weißt du, wie viele reinkommen gerade? Ey, lass hier lang. Wollen wir schon einen Money holen? Ah, ich wurde angespritzt. Ah, scheiße. Shit. Shit, ich dachte, man kann hochklettern. Wird das mein erster Tod? Wird es Lucy YouTube überleben? Was hustet die alle denn immer noch? Oh mein Gott, es sind so viele einfach nur. Zurück, zurück, zurück. Lass nochmal neu aufmunitionieren, Leute. Ja, ich glaube auch. Das ist ob. Nicht ich! Jo, bin da. Hinter dir, Carly. Hinter dir, Carly. Danke, dass du mir hilfst. Oh. Du bist willkommen, mein Freund. Privet, mein Freund. Ja, wir sind doch tot, Lucy. Ja, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Moin. Boah. Das hat geschmeckt. Das hat geschmeckt auf jeden Fall. Großer Strom. Und, ticker von hinten. Wir müssen unten in den Keller. Dann los. Warte, ist noch was. Dicker down. Alter, die Morto-Säge, ne? Dicker. Du müsst mich töten, ich werde zum Zombie. Das ist geil ausziehen, was. Hast du mich gerade mit der Kettensäge weggeschnitzt? Ne. Na doch, ich sehe doch meine Seite hier. Sorry. Ich habe die aber nicht gesehen. Rechts in die Mauer, rechts in die Mauer. Da genau, Dicker. Ja, das ist die Zivilisten sind safe, ne? Ich bin jetzt runter. Mal die Schussbahn. Ja, du, was hast du vorhin auch gemacht? Kadi auch gerade. Ich schieße, ich schieße. Ja, du. Ja, du, mehr schießen geht nicht, ne? Ne. War verglüht. Ich glaube, du musst hier in die Markierung rein. Ja, ich komme. Ja, und jetzt? Ah. So. So. Boah. Jo. Let it burn. Get out of here. Der ewige Kampf gegen German, man. Guck mal, ich bin der Schlitzer hier unter uns. Ich habe immer Hatchet am meisten. Was ist los? Oh, jo. Ja. Aimbot. Aimbot. Aimbot ist da. Komm an der Grenze. Guck mal, ich stand jetzt mit einer AK, man. Und Nick, ich stand mit einer Sprutflinz auf dem Rücken. Guck wieder. Ich nicht. Ah, nicht stimmt. Hast recht. Geil. Rein da. Boah, und die Waffe ist ja geil. Du musst glaube ich ein bisschen leise sein. Achso. Dann komme ich mit meiner Schrotstätte hier. Ich würde gerade sagen, sofort Eskalation hier. Ich gebe eben Charlie drauf. Ja, machst du, ne? Gut. Ach, du Scheiße. Unter uns. Ach, so pein, Digga. Boah, ey. Oh, ne. Boah, ein Ticker, ein Ticker, ein Ticker. Wo kommt der denn her? Ist down. Down. Ich wurde angekotzt. Ich sehe nichts. Ich breche durch. Achso. Der alte Knacker, was macht der denn überhaupt? Oh, ein Ticker. Ja, ich bin die ganze Zeit hier am Schießen, also. Boah. Tot, klar, ne? Ja, ist tot. Alle dead. Jetzt. Ja, doch nicht. Eskortieren wir hier. Ah, ne, ich muss zur Eurigkeit hoch. Aufbauen. So, okay. Get in here. Time to go. Get in here. This way. Ich hätte bestimmt auch einen anderen Weg gegeben. We could use the rooftops to get there. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Achtung, weg, Leute. Oh, alter. Oh. Wieso kriegen die schon wieder ab? Boah, Medi, sonst bin ich gleich weg. Nimmst du denn nicht, ne? Shit. Creamer down. Schön. Alter, Junge. Hinter uns. Ja. Echt close, ne? Uh. Ja. War easy. Das war echt ne close Salami, alter. Holy moly. Alter, Schede. Geil. Perfekt. Bist du in der nächsten Mission, oder? Warte mal, erst mal hier Kids. Ja, endlich. Yes. Lol. Endlich, Charlie. Krass, alter, 700, ey. Respekt. Ey, wir haben fast 2000 Kids gemacht. Jetzt hast du mehr Hatsches. Ich glaube, ich spinne. So, das war ein kleiner Einblick hier in World War Z. Auf meinem Hauptchannel, auf meinem Zweichannel geht's wie gesagt normal weiter und ihr könnt da das ganze Projekt verfolgen. Lasst doch ein kostenloses Abo da und ja, wir sehen uns dort auf jeden Fall oder im nächsten Video auf dem Hauptchannel hier. Haut rein, macht's gut, euer Lucien, ciao.